Willkommen zurück in der merkwürdigen Stadt hier, die total voller Trauer ist, zu Evoland. Wir sind hier in der letzten Stimme geblieben, dass wir hier mit dem Luftschiff weg sollten. Und ja, ich hab mich mal so ein bisschen schlau gemacht, um hier nicht endlos rumzulaufen. Das wäre aber wirklich mein nächster Anhaltspunkt gewesen hier, wo ich hin sollte, wo ich hin wollte, meine ich. Da ist nämlich das Luftschiff. Hui! Hui! Jetzt könnte man hier überlang fliegen. Da geht's lang. Ne, da war unser Dings. Da ist dann wahrscheinlich, wo wir hin müssen, zum Mana-Bomb. Okay, aber die Gebirge kann man auch nicht. Ist ja total gay. Aber egal. So, hier haben wir noch was. Da haben wir... Was haben wir denn hier? Wie kann ich denn absteigen? Ah, mit Entern. So, was haben wir denn hier? Ein Edeltal. Kommen wir nicht her? Ich hab das Gefühl, hier sind wir her. Komm. Gut. Dann sind wir also hier gewesen schon. Aber, hier geht's noch lang. Hui! Komm! Nose! Schon wieder ein neuer Monster. Nicht gut. Batsch! Schreck damit. Nose nicht tot. Okay. Wieder daneben. Wuhu! Na, dann ist er nicht tot. Hat 30 lebende Kücher. Hallo! Ne, Händler. Ich bin an der letzten Reise ein Händler. Ein Nachfahre des legendären Dorneko. Doch jetzt bin ich völlig ausgezogen. An den Tagen hab ich nicht gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, werde ich etwas netter zu mir springen lassen. Äh. Ja. Sicher. Nö. Nö. Sondern nicht so schickes. Ich bin nicht hergekommen. Maybe. Dann zeigen sie mal hergekommen. Oh mein Gott. So eine schöne Welt. Hier sind wir überall gewesen. Crazy. Crazy shit. Ist irgendwas? Ist ja irgendwas. Ist ja nichts. Schade. Okay. Dann geht's einfach mal zum Mana-Bomb, würde ich sagen. Der hier unten nicht ist. Aber ich gucke trotzdem. Ich bin ja schließlich neugierig. Dass hier so überall ist. Nö. Da ist der Mana-Bomb. Na. Okay, doch. Ich dachte, das ist schon wieder ein Kampf gewesen. Ja. Wir sind hier innerhalb des Mana-Bombs. Sephiroth. Komm hervor. Zeige dich. Ich habe euch erwartet. Der Mana-Bomb von innen. Oh, 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 oh. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land. Doch man macht die Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen erheilen. Der Mana-Bomb soll ein Ergrab werden. Ich weiß nicht, ob ich da ganz wichtig ausweichen soll. Irgendwie sterbe ich hier gleich die ganze Zeit. Okay, so kann man ihn ganz einfach verarschen. No, 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 no. Da hat mich seine Hand erquetscht. Okay. Nein, nein, nein. Runter mit dir. Puh, okay. Da weiß ich schon mal, wie ich ihn zu besiegen habe. Allerdings habe ich echt wenig Leben. Drei Herzen ist nicht wirklich viel, ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Herzen er hat. Das ist keine HP-Anzeige. Ah, der hat mir ein halbes Herz weggezogen. Oh Gott, das ist ja dämlich. Aua. Da muss man echt safe sein, nicht, dass die Hand dann zerquetscht. Hehehehe. Total dämlich, das Viech. Ah, der rechte Handschuh ist kaputt. Das muss ja nach links lang laufen. Und dann wahrscheinlich noch das Ding auf seiner Brust. Oh, er hat schon wieder dein Herz weggezogen. So geil, der Typ. Ach du Scheiße, was macht denn der jetzt? Ach du Scheiße, was macht denn das? Oh, mein Glück. Viel nehmen habe ich nämlich nicht mehr. No! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist viel zu stark, man. Ich habe mich einfach zu offen in der Hand zu sterben lassen. Oh mein Gott. Der hätte bestimmt nicht mehr viel gefehlt. Da wette ich mit euch. Oh mein Gott. Schon wieder nicht. What the fuck? Und schon wieder hat er mich getroffen. Das kannst du gleich wieder vergessen, Mann. Fick dich. Ich lasse mich jetzt töten. Ey, kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit angriffen werde. Ja, ach, das macht nur so wenig Schaden. Ja, dann lass mich von dem Drecks Handschuh treffen. What the fuck? Alter, weißt du, ich laufe die ganze Zeit so normal wie immer und trotzdem trifft er mich. Total geil. Ja, ich lasse mich. äh das kann doch nie sein what the fuck is there fucking fast ich weiß doch nicht immer so ganz wie weit der noch läuft mach das Auge kaputt renne kleiner Klink renne ein Glück oh nö da komme ich nicht mehr hin geiles Vieh alter und wie habe ich das Gewicht mache ich irgendwas nicht richtig die Kügel hinten nervt mich ein bisschen ach du scheiße ach du scheiße ja sehr schneller wow ich habe ja nicht mal einen Bogen ich habe nur ein beschissenes dummes Schwert ich mache es einfach mal weiter vielleicht klappt es ja irgendwann renne kleiner Klink renne wuuh wach knapp wuch wich das so fucking fast Musik Da gibt's irgendwie einen anderen Drück, definitiv. Das war so klar. Verdammt Not fast enough No Du bist zu schnell Alter Meine Güte, ich habe so viel Leben verloren wegen so einem Penner Der ist richtig mad, der Typ. Oh, schon wieder falsche Richtung Oder auch nicht ganz Zu schnell Boah, weg da, mach kaputt Krass ging mir das grad ein bisschen auf die... Ja... Oh, weg da, weg da, weg da Brenne! Da ist ein kleines Monster Er mögt meine steinende Rüstung zerbrochen haben Doch in dieser Gestalt könnt ihr mir nichts anhaben Ich werde euch mit Haut und Haaren verbrennen Ist das dein Ernst? Ich muss nochmal kämpfen Ah ja Wow Wow Das ist doch ein Scherz, Mann Ja, ich mach kurze Pause Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich